Ich bin Chantal, bin 20 Jahre alt, komme aus Serbenskalt und mache auch meine Ausbildung zum Fachpraktiker Metallbau, auch hier im Worker Service. Welche Probleme hast du während dem Lockdown? Es ging überwiegend mit der Büroschule, mit dem Online-Unterricht und dadurch wir auch zu Hause manchmal mit den Wählern die Probleme hatten. Aber auch der ein Lehrer von uns, mit dem wir das technische Zeichnen haben, der konnte auch bei mir die Probleme nicht, also konnte mir bei den Problemen nicht helfen. Und ja. Und welche Wünsche hast du für die nächsten Wochen? Ich würde mich auch freuen, wenn die Büroschulen nochmal aufhaben, dass wir da nochmal den Unterricht haben. Und ja, dass wir auch dieses Teilarbeiten machen, dadurch ich ja von weiter her weg komme, dass wir halt eben von morgens bis mittags arbeiten und dann die anderen von mittags bis nachmittags arbeiten. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und danke für deine Antworten. Kein Problem.